Seid ihr schon mal 200 Kilometer gefahren, um ins Fitnessstudio zu gehen? Oder habt ihr 40 Euro für eine Dose löslichen Kaffee bezahlt? Oder musstet ihr schon mal wochenlang zu Hause bleiben, weil alles um euer Haus herum überflutet war? Leben im australischen Outback ist definitiv next level. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland und jetzt seit über 15 Jahren in Australien. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Leben im australischen Outback, da gibt es viele Dokus zu. Und vielleicht fallen euch ja bei dem Stichwort auch gleich die ganz klassischen Motive ein. Wie zum Beispiel giftige Schlangen oder Cowboys oder indigene Menschen, die auf dem Didgeridoo spielen oder einen Boomerang werfen. Und klar, all sowas gibt es auch, aber die Realität ist natürlich vielfältiger. Für dieses Video habe ich mit Dutzenden Menschen gesprochen, die wirklich am Arsch der Welt in Australien leben. Auch mit vielen Deutschen, die es ins Outback verschlagen hat. Und gerade solche Neuankömmlinge, finde ich, haben natürlich eine besonders ausgewogene Perspektive, wenn sie über ihre Wahlheimat berichten. Und ich kann allen Zustauern jetzt schon sagen, Leben im Outback hat krasse Vor- und krasse Nachteile. Und darüber reden wir jetzt. Vor langer Zeit war ich mal auf einem sogenannten Bachelors and Spinsters Ball. Das ist eine relativ wilde Form der Landdisco, Landparty, wo Jugendliche, andere Jugendliche treffen, um überhaupt mal irgendjemanden zu sehen, der irgendwie nicht zur eigenen Familie gehört. Und da habe ich mit Leuten gesprochen, die sind 800 Kilometer nur für diese Party gefahren. Also acht bis zehn Stunden Autofahrt, abends feiern, dann ausschlafen und dann acht bis zehn Stunden wieder zurück. Absolut Wahnsinn. Also ich habe noch von niemandem gehört, der einfach mal nur für einen schönen Abend mit Freunden quer durch Europa gefahren ist. Oder anderes Beispiel. Eine Bekannte von mir lebt auf einer Farm im Northern Territory und sie spielt wahnsinnig gerne Netball. Das ist so eine Mischung aus Basketball und Handball, ziemlich beliebt in Australien. Und weil sie das so gerne spielt, fährt sie einmal in der Woche in die Stadt zum Sportverein. Und da sind drei Stunden Autofahrt hin, dann spielt sie so zwei Stunden und dann fährt sie drei Stunden wieder zurück. 16 Uhr losfahren, Mitternacht zurück, das ist ihre wöchentliche Routine, um ihr Sportprogramm durchzuziehen. Auch das wieder ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie groß das Outback wirklich ist und was es heißt, dort zu leben. Man muss diese Abstände, diese Zeit im Auto oder in anderen Transportmitteln auch einfach in Kauf nehmen. So, reden wir jetzt mal konkret, wie es da ausschaut, wenn man da lebt. Und das wichtigste Thema ist natürlich erstmal das Geld. Wie schaut das finanziell aus im Outback? Wie kann man da überleben? Zunächst einmal muss man anmerken, dass Immobilien natürlich ziemlich günstig sind dort. Da spart man also tüchtig Geld. Zum Vergleich, in den urbanen Ballungszentren Australiens, da kostet ein Einfamilienhaus jetzt im Juni 2023 im Schnitt 538.000 Euro. Im Outback, da variiert es natürlich auch sehr stark, je nachdem wo man ist. Aber so zwischen 50.000 und 150.000 Euro, die muss man investieren und dann kann man sich schon ein eigenes Haus mit Grundstück kaufen. Grund für die niedrigeren Immobilienpreise ist natürlich, dass es da draußen in erster Linie wenig gut bezahlte Jobs gibt. Klar, da gibt es auch den Arzt, den Anwalt, ein paar reiche Farmer, ein paar erfolgreiche Selbstständige. Aber die meisten Leute, der größte Teil der arbeitenden Bevölkerung, hat halt eher normal oder unterdurchschnittlich bezahlte Jobs. Da draußen ist halt keine Filiale von McKinsey, wo irgendwie 150 Berater zu 250 KMJ arbeiten. Und deswegen sind die Immobilienpreise gedeckelt, weil höhere Preise könnten sich einfach zu wenig Leute leisten. Also, da spart man Geld, aber man gibt es natürlich an der anderen Seite wieder aus, weil die Lebenshaltungskosten im Alltag ziemlich hoch sind. Zum Beispiel eben auch einfach das Kaufen von Lebensmitteln im Supermarkt. Ich habe euch schon das Beispiel mit dem gelösten Kaffee für 40 Euro die Dose gesagt. Solche Beispiele tauchen immer wieder in den Medien auf. Je nachdem, wie gerade die Saison ist in Australien, wie die transportfähiger sind, ob Zufahrtsstraßen überflutet sind, ob es andere Naturkatastrophen gab. Da variieren die Preise für Lebensmittel sehr stark. Aber als allgemeine Guideline, auch wenn man vielleicht in einem größeren Dorf im Outback wohnt, 2.000, 3.000 Einwohner, muss man schon 2.000 bis 2.500 Mal so viel für Lebensmittel zahlen wie in der Stadt. Und das ist teuer. Gerade bei frischen Lebensmitteln ist es noch krasser. Und naja, oft sind die auch nicht so frisch, weil es dauert halt ziemlich lange, bis der ganze Kram da draußen ist. Und da hat der Salat natürlich nicht mehr so viel Lebenszeit übrig, bevor er welk ist. Aber man hat eben auch wenig Gelegenheit, ein Geld auszugeben und das gilt es auch einzuberechnen. Da gibt es halt kein Kino, man kann nicht jeden Tag ein neues Restaurant ausprobieren. Es gibt weniger Vergnügungen. Online-Shopping ist vielleicht auch nicht so motivierend, weil es lange dauert, bis die Dinge da sind und nicht jeder auch dorthin liefert. Da spart man im Alltag also automatisch Geld, weil es weniger materialistisch zugeht. Das Thema Geld bringt mich auch gleich auf die medizinische Versorgung. Das ist auch eine teure Angelegenheit, einfach deshalb, weil man vielleicht, um einen Arzt oder um einen Facharzt zu besuchen, auch weitere Fahrstrecken oder sogar eine Flugreise in Kauf nehmen muss. Selten gibt es vor Ort angemessene medizinische Versorgung, wenn man Glück hat in der Stadt vielleicht einen Rettungsdienst, eine Ambulanz, eine Krankenschwester, mit ganz viel Glück auch ein Arzt. Aber da gibt es akuten Personalmangel und die Versorgung ist insgesamt nicht gut. Das heißt, wenn man verletzt ist, wird es kritisch. Mir fällt hier nur ein, Verletzung von einem großen Blutgefäß, da dauert es mitunter Stunden, bis man vielleicht im Krankenhaus ist. Mitunter muss man den Royal Flying Doctor Service nutzen, also den Hubschrauber oder das Kleinflugzeug, um in die Klinik zu kommen. Oder auch sowas wie ein Schlaganfall, eine echte Volkskrankheit, auch in Australien. Da jemanden noch innerhalb des Lüsefensters in die Stroke Unit zu bekommen, das ist eigentlich überhaupt nicht schaffbar. Krank sein und verletzt sein ist immer scheiße, im Outback ist es aber besonders schlimm. Außerdem müssen wir auch über das Wetter reden, weil viele verbinden Outback natürlich vor allem mit Hitze. Und das ist auch ein großes Thema im Sommer, aber es gibt eben auch den Winter und da ist es richtig kalt. Vor allem nachts fallen die Temperaturen da auch mal unter den Gefrierpunkt. Und was die architektonischen Baustandards betrifft in Australien, ist das nicht wie in Deutschland. Hier gibt es keine Dämmung und keine zwei- oder dreifach verglasten Fenster. Hier sind die Bautechniken sehr viel einfacher und deswegen wird es ganz schnell kalt im Haus. Wenn draußen drei Grad sind, dann hat man ruckzuck auch im Haus drei Grad. Und gerade Deutsche, die nach Australien ausgewandert sind und auch im Outback leben, berichten mir davon, dass sie noch nie so gefroren haben, wie seit ihrer Ankunft in Australien. Kann ich auch aus eigener Erfahrung definitiv so wiedergeben. Ich wohne zwar in Brisbane, aber auch hier wird es im Winter kalt. Kalt heißt vielleicht so mal 8 Grad oder vielleicht auch mal 6 Grad, wenn es hochkommt. Oder wenn es runterkommt gewissermaßen nachts. Aber im Haus ist es sehr schnell eisig. Dann schaltet man die Heizung an. Das ist dann nur so ein Gebläse halt. Und wenn man es dann halt ausschaltet, ist es ruckzuck wieder kalt. Also auch ich friere mir hier regelmäßig im Winter was ab. Das ist was, das gehört einfach zum Leben in Australien und besonders im Outback auch dazu. Und zusätzlich zu den Temperaturextremen kommen natürlich auch noch so Sachen wie Überflutungen, die ab und zu mal vorkommen. Da ist man dann mitunter Wochen von der Außenwelt abgeschnitten. Oder man kriegt zumindest keine Lebensmittel. Oder die Post wird nicht zugestellt. Oder man kann seine Termine in der Stadt nicht wahrnehmen. Das sind auch alles Dinge, die man in seinem Alltag mit berücksichtigen muss. Und im Rahmen von Klimawandel werden natürlich auch echte Dürrezeiten immer länger und härter. Es gibt viele Gegenden in Australien, die in den letzten 15 Jahren schon Dürren erlebt haben, wo mehrere Jahre kein Tropfen Regen gefallen ist. Wir reden hier von Gegenden, in denen normalerweise Landwirtschaft betrieben wird. Ganz übel. Und wie wir uns alle denken, können wir das sicherlich auch in den nächsten Jahrzehnten noch schlimmer werden. Und natürlich gibt es in so einer wahnsinnigen Fläche auch zahlreiche Rekorde. Zum Beispiel gibt es da die längste Straße Australiens ohne eine Kurve, 150 Kilometer. Es gibt die längste Eisenbahnstrecke ohne einen einzigen Knick im Gleis, fast 500 Kilometer. Dann gibt es da noch einen Zaun quer durchs Outback, den Dingo-Zaun, Dingo-Fans. Der soll verhindern, dass Dingos von der einen Seite des Outbacks auf die andere gelangen. So ganz funktioniert das zwar nicht, aber der ist auf jeden Fall auch 5000 Kilometer lang. Und mitten im Outback liegt Anna Creek Station. Das ist ein Bauernhof, eine Farm und die gesamte Landfläche dieser Farm ist etwa so groß wie Belgien. Ich war zum Beispiel letztes Jahr zu Besuch im Landkreis Diamantina. Das ist in West Queensland. Und das ist ein Landkreis, der ist ungefähr so groß wie Österreich oder doppelt so groß wie die Schweiz. Und in diesem Landkreis leben und arbeiten 266, nein, nicht 1000 Menschen. Da wohnen und arbeiten 266 Menschen. Mehr nicht. Fahrzeit zur nächsten Großstadt, in dem Fall Brisbane, 21 Stunden mit dem Auto. Das sind also auch wirklich Abstände. Die muss man erstmal verstehen. Und um all das, was ich noch sage, über das Outback besser einordnen zu können, müsst ihr euch einfach diese Größe und diese Menschenleerheit erstmal vor Augen halten. Das sind Maßstäbe, die man in Europa wirklich nicht ansatzweise kennt. Aber wie groß ist das Outback jetzt eigentlich? Die Antwort, circa 5 Millionen Quadratkilometer. Und das sagt einem natürlich erstmal wenig. Aber das ist 15 Mal so groß wie Deutschland. Das heißt, wenn wir so runterbrechen, würden in einer Fläche, die so groß ist wie Deutschland, gerade mal 50.000 Leute leben. Also einfach mal Deutschland vorstellen und 99% der Bevölkerung eliminiert. So, jetzt habe ich euch erstmal so ein Bild gezeichnet, dass das Leben da draußen super hart ist. Und das sind auch alles reale Unannehmlichkeiten, die mir die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, erzählt haben. Aber trotzdem ziehen Menschen dorthin, trotzdem leben dort Leute. Und die Frage ist natürlich, warum? Was macht das Ganze zu einem tollen Ort? Was macht das Ganze lebenswert? Warum leben dort Leute? Also, oft habe ich das Motiv der Entschleunigung gehört. Leute wollen bewusst raus aus der Stadt, raus aus unserem modernen Alltag und sehnen sich nach einem Leben, wo es eben langsamer zugeht. Und das kriegen sie da draußen auf alle Fälle. Sie kriegen auch ein besseres Gemeinschaftsgefühl. Weil wenn man im Dorf wohnt mit 100, 200, 300 Einwohnern oder selbst 1.000 oder 2.000 Einwohnern, dann ist natürlich das Gemeinschaftsgefühl größer, man hat Kontakt mit den Nachbarn, man kennt sich. Und selbst wenn man 50 Kilometer außerhalb des Dorfes wohnt und der nächste Nachbar vielleicht 10, 20 Minuten entfernt ist, es bildet sich eine Gemeinschaft, eben weil so wenig Leute da sind. Und man braucht einander natürlich auch, weil man sich nicht auf den Service, der von außen an einen herangetragen wird, verlassen kann. Eine schöne Zusammenfassung, die ich auch mehrfach gehört habe, ist so die Perspektive, dass man eben einfach arbeitet, um zu leben, aber nicht lebt, um zu arbeiten. Alles schaltet den Gang zurück, man macht sich auch von vielen materiellen Zwängen freien und man erkennt einfach da draußen auch, dass man eigentlich viele Dinge überhaupt nicht braucht, um glücklich zu sein. Denn da draußen gibt es halt kein Shopping, kein ständiges Entertainment. Da kann man nicht irgendwie die Leere, die man fühlt, kompensieren durch irgendwie Einkaufen oder durch Erlebnisse von außen. Da muss man mit sich selbst ins Reine kommen und muss eben mit dem, was man da hat und was man bekommt, zufrieden sein. Und das hat gar nicht unbedingt was mit Geld zu tun, weil auch wenn man Geld hat, oft kann man sich da draußen einfach das, was man akut vielleicht will, nicht kaufen. Ein weiterer Punkt, den ich gehört habe, ist einfach eine Distanz von den großen Problemen dieser Welt. Und die haben wir ja nun wirklich reichlich. Egal ob hier in Europa mit dem Ukraine-Krieg oder den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, verschiedenen Kontinenten, militärischen Bedrohungen oder auch Corona. Ich habe mit Leuten gesprochen, die auf ihrer Farm draußen von Corona eigentlich fast nichts mitbekommen haben. Die waren halt die zwei, drei Corona-Jahre draußen im Outback, haben davon zwar immer in der Zeitung oder im Internet gelesen, aber es hat ihren Alltag überhaupt nicht beeinflusst. Und das ist natürlich auch eine ganz attraktive Perspektive, dass man von dem ganzen Drama einfach mal nichts mitbekommt. Sicherlich auch ein Argument für Leute, rauszuziehen ins Outback in der Kleinstadt im Zentrum Australiens, um einfach von dem ganzen Mist, der so auf einen einprasselt in unserer modernen Welt, weniger mitzubekommen. Das ist also das Outback und jetzt die Frage, wie viele Menschen leben denn da? Naja, also die Urbanisierungsquote in Australien, die liegt zurzeit bei 87%. Also 87% der Menschen leben in großen Städten, 13% leben nicht in großen Städten. Aber von diesen 13% leben die meisten wiederum an Kleinstädten an der Küste, nicht im Outback. Wirklich im Outback, je nach Definition, wo man eben die Grenze zieht, circa 800.000 Menschen, also 3% der australischen Bevölkerung. Das ist nicht viel und von diesen 800.000 sind übrigens ungefähr 25% die Mitglieder der indigenen Völker Australiens. Das ist auch eine ganz andere Lebensrealität. Diese Ethnien haben große Probleme, darüber kann ich gerne mal ein eigenes Video machen, aber mit der Ureinwohnerromantik, was sich manche Touristen da vorstellen, was sie hier in Australien zu sehen bekommen, hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Ist aber nicht alles nur Wüste. Outback bedeutet viele verschiedene Ökosysteme, zum Beispiel die Savannen im Norden von Queensland oder die saisonalen Flüsse im Westen von Queensland. Es gibt große Steppen und Waldgebiete im Südwesten Australiens oder auch Gebirgszüge im Inneren wie die McDonnell Ranges. All das ist auch Outback. Aber sicherlich denkt ihr erstmal an Wüste und ich eigentlich auch. Und statistisch sind es 18% von Australien, die streng genommen Wüste sind. Und viele Wissenschaftler meinen aber, dass man eigentlich auch andere Landstriche dazurechnen müsste, weil da wachsen zwar mehr Pflanzen, als eigentlich in der Wüste wachsen dürfen, aber es regnet extrem wenig. Es ist super trocken über Jahre, viele Jahreszeiten, ganz ohne Regenfall. Und deswegen sagen viele Wissenschaftler heute, dass eigentlich 35% von Australien Wüste sind. Die große Frage jetzt, ist das für jeden was? Sollten wir alle rausziehen ins Outback oder muss man dafür gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen? Diese Frage habe ich direkt vielen Leuten gestellt und ich habe einige Punkte bekommen, die wir auf jeden Fall jetzt erwähnen müssen. Erstens, man muss einen Bezug zur Natur haben, um da draußen glücklich zu werden. Weil vieles spielt sich draußen ab. Egal ob es Gärtnern ist, Reparaturen am eigenen Haus oder Camping oder Angeln als Hobby. Es ist halt alles draußen und das liegt auch daran, weil es eben drinnen wenig zu tun gibt. Es gibt keine Entertainmentkomplexe, keine Bars, Clubs, Restaurants, keine Veranstaltungen. Man muss auf all das verzichten und diesen Platz, der dadurch im Leben entsteht, wird halt durch Outdoor-Aktivitäten dann eingenommen. Und wer mit Natur und Draußensein nichts anfangen kann, der hat da eigentlich schon ein bisschen verloren. Für den wird das unattraktiver. Zweitens muss man auch einen gewissen Hang zum Do-it-yourself haben. Wenn da draußen was kaputt geht, dann kann man halt nicht gleich was Neues kaufen. Und ein Handwerker, der es einem repariert, ist vielleicht auch nicht da. Man muss Sachen selber reparieren können, improvisieren, einfach schauen, dass man irgendwie ein bisschen unabhängiger wird von Leuten, die einen helfen und unterstützen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung. Weiterhin braucht man auch Organisationstalent. Denn je nachdem, wo man wohnt, vergehen vielleicht Wochen oder Monate zwischen den Besuchen in der Stadt. Und das heißt, dass ihr für diese Zeit auch einkaufen und planen müsst. Also Kleidung und Essen im Voraus kaufen, genau überlegen, was braucht ihr dann diesen Mega-Einkauf machen und dann wieder drei Monate zurück auf die Farm. Das ist schwierig. Da muss man ein bisschen organisieren können. Da kann man gar nicht so in den Tag hinein leben, wie man sich es vielleicht vorstellt. Auf jeden Fall ist das eine Skill, die da draußen sehr gebraucht wird. Weiterhin ist Flexibilität sehr wichtig, weil Dinge passieren, Ressourcen sind knapp, man hat vielleicht nicht mehr alles, um ein gewisses Rezept zu kochen oder man hat nicht alles, um etwas am Haus zu reparieren. Dinge gehen kaputt, Dinge klappen nicht, die Post kommt mal wieder nicht. Damit muss man leben. Da muss man flexibel seine Pläne anpassen. Also der deutsche Perfektionismus, das hat man mir oft gesagt, der hat da draußen wirklich nichts zu suchen. Und das ist eine Geisteshaltung, die einen einfach nicht weiterbringt. Good enough, also gut genug, bringt in dem Fall mehr. Man muss sich zufrieden geben mit dem, was man hat und eben im Geiste flexibel bleiben. Weiterhin braucht man einfach auch Interesse an Menschen. Es ist eine kleine Community da draußen. Im besten Fall ein paar tausend Leute in einer kleinen Stadt, aber oft ist es halt nur ein Dorf von wenigen hundert Leuten oder man hat nur seine Handvoll Nachbarn, weil man irgendwo ganz weit draußen wohnt. Mit diesen Leuten muss man auf die ein oder andere Weise interagieren, weil man hängt ein bisschen voneinander ab, man muss sich gemeinsam im Alltag durchschlagen, man tauscht vielleicht Ressourcen aus, man informiert sich über Gefahren und man braucht auch jemanden zum Reden, um da nicht ganz zu vereinsamen. So und jetzt kommt der wichtigste Punkt, die Grundvoraussetzung, um draußen im Outback glücklich zu werden, wenn man da langfristig leben will. Und das ist ein gewisses Talent, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Frieden mit sich geschlossen zu haben. Das klingt philosophisch, aber es ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Es gibt da draußen keine Ablenkung und auch wenn es Gruppen gibt, denen man sich anschließen kann, man ist oft mit sich alleine, man kann sich die Stimulation nicht von außen holen, man kann nicht mal irgendwo hinfahren und was machen. Und wenn man dann mit sich selber keinen Frieden hat, wenn man selber nicht psychisch sehr stabil ist, dann kann es leicht sein, dass man in mentale Löcher fällt und dass es einem definitiv nicht gut geht. Psychische Unabhängigkeit, also eine ganz wichtige Komponente, wer Ablenkung und Entertainment braucht oder mag oder es genießt, der ist im australischen Outback falsch aufgehoben. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr abends im Bett liegt und dann ist es dunkel und es ist ruhig, dann fangt ihr plötzlich an, über vielleicht düstere Dinge nachzudenken oder über irgendwelche alten Probleme oder neue Probleme oder Probleme, die gar keine sind. Und das passiert eben auch da draußen, wo man nicht so viel Stimulation von außen hat. Man kommt zur Ruhe und dann kommen vielleicht Dinge in einem hoch. Da muss man, wie gesagt, Kraft haben, da dann auch durchzuarbeiten. So, Leben im Outback. Das war eine realistische Schilderung, wie es da draußen aussieht, basierend auf den Erzählungen von echten Menschen, die da draußen schon seit vielen Jahren wohnen, die hingezogen sind, die den Vergleich zum Leben in Deutschland haben. Und ich möchte mich bei allen nochmal ganz herzlich bedanken, dass sie so offen ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben und an alle Zuschauenden natürlich jetzt die Frage, wie schaut das bei euch aus? Wäre ein Leben so ganz weit draußen in der Einsamkeit was für euch oder lieber gar nicht? Wollt ihr lieber in der Stadt bleiben? Braucht ihr die Unterhaltung? Wie schauen eure Präferenzen aus? Schreibt das in die Kommentare, das wird bestimmt eine interessante Diskussion. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Abo da und bis bald.